Herzlich Willkommen zurück zu CurvyStyleAce Hallo Hallo Torhausstraße mit Lu Hallo Hallo Ich hab gehört, ich kann meine Freunde essen, wenn ich keine Fähigkeit hab Gesund Oh, was ist das? Ne Psycho Oh, jetzt klaut sie mir den Psycho Ja Oh Oh Ach ja, der No Okay, das gefällt Lu Das ist mein Charakter Du wirst mich nicht mehr bewegen Das stimmt Dann will ich Spinny sein Den Magier, den hätten wir haben Da töte ihn Ja Komm Komm mein Magier Da töte ich Schnell schießen Ach nein Ameles Du kannst aber voll fliegen, holy shit Stop, den will wir haben Kannst du, was kannst du denn? Drück mal nach oben Ähm Eindolin Ja, hab ich jetzt gemacht Okay, du hast es Ja Ich glaube, du kannst verzaubert werden mit Elementen, aber wir haben grad keins Ich glaub, das soll das sein Kannst du mal hier genau frei machen Du bist dafür der Mann Oh, oh, oh nein Hab's wieder So Verlier nicht den Magier Ist gut Der SVP So wie viel ist in diesem Spiel Wird es Oh, du hast es auf den Schalter geworfen Oh, da ist ein, da ist ein Dings Waddle du Waddle die, waddle du, waddle Willst du den gut haben? Ich konnte ja nicht überlegen Du musst dich ein bisschen ranhalten Was ist da oben drauf? Weißt du? Gib mich Ich bin zu langsam Ich bin doch irgendwie, das hier sieht so Haaa Achso Ach guck mal, der Waddle kann dich verzaubern Mach mal hoch Nee, du hast irgendwas anderes Ich weiß nicht was das ist Äh Strom Kannst du mit deinem Zauber auch Strom machen? Jaaa Da rein So Ich kann nicht gucken was die Spinne kann Du sollst nicht in die Gegner rein Äh Ich verliere mal den Überblick Ich weiß nicht wo ich bin Du bist der Zauberer Ja boah Oh Gott Chili 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 nehmen wir für Jim Oh Jim Orange Oh Kein Noms Auch Noms Oh nein Wie heißt die? Züchion? Üps Züchi Züchion Züchion Oh Musik Ja warte Ja Soll ich nicht nach oben drücken Bist du da getötet? Ich hab's nicht gesehen Weiß nicht Wollen wir hier links hin? Okay Okay flieg schneller Du fliegst allgemein viel schneller als alle Oh nein Tötest Oh nein Ah ich stecke nicht Hilfe Ich konnte dich nicht retten Hier ist Essen Nein geh doch nicht weg Lass noch mehr Noms Oh Dass du auch mal vorgehen musst Da mach mal alles kaputt Hier ist nach dem Holz Hier ist nach dem Holz Hier So Tötest du sowas So okay Wenn ich noch nicht bereit bin Oh Knopf Fahrstuhl Hm Oh tötest Oh Ist wie ein Nest Oh So Schweb 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 So weird Jetzt verwandle ich euch alle erstmal in eine Fähigkeit Wirst du weiter der Magier bleiben? Ja Okay Jetzt bist du ja auch wieder geheilt Ja Jetzt kann man auch gut heilen mit dem So Oh Oh Noch mehr Magier Wo bin ich? Äh Ja mach ihn kaputt Zerstör ihn Sehr gut Wo ich bin So viele Fähigkeiten die es hier noch gibt Aber wir wollen doch so bleiben Was ist das denn? Und dann wird das Okay ich dachte das wird ein Bosskampf auf solchen Plattform Musik ruft voll Wer kommt denn hier? Guck mal wie Knopf ich ich bin Guck mal wie Knopf ich ich bin Mit meinen Kopfhörern Oh Ähm Ich mag irgendwie den Maulwurf links Ist das ein Maulwurf? Porn und Korn Maulwurf und Ja Ich weiß nicht Was machen die jetzt? Ach die haben mehrere Etagen hier Oh Ich baffe jetzt alle Durch Ich glaub mal hier in Waddle die ein Waddle du ein Äh Wo bin ich hin? Einer ist down Ich glaub ich hab mich irgendwie teleportiert Da kann ich nicht einsaugen Nein ich will den haben Okay Ich hab mich teleportiert und ich weiß nicht wie Oh Ich weiß nicht wie Mach ihn fertig Guck schon wieder Wie knuff ich das denn? Wie machst du das denn? Ich weiß nicht Wir haben Porn und Korn besiegt Oh Sie sind so ausgeponnt Lufig Ich mag den Tails-Verschnitt Achso Nix Das wären jetzt unsere Freunde Ähm Oh gleichzeitig Das ist creepy Ja Extrem creepy Haben die jetzt gepupst? Die haben das Tor auf gepupst Die haben gepupst? Oh ich hab damit immer was gemacht Weiß nicht Tanzen jetzt mit Weiß nicht Tanzen jetzt mit Yeah Das war die sehr merkwürdige Zwischensegment Was? Ich mag den Blick von Pon Äh Pon Gott Wieso haben die im Moment das erste Okay da muss ich nur noch Teile farben Dann ist das bloß auffällig Hast du jetzt immer viel getrunken? Nee eigentlich nicht Hehehehe Hehehehe Okay Oh Ein Ritt Ein Ritt nach östlicher Wall Und da sind knüffige Feen Aber die Ponzen sind nicht dabei Oh das sind jetzt unsere Freunde Vielleicht helfen die uns Oh da kommt sogar der Tipp Dass ich Freunde mit B einsaugen kann Schon wieder Wie machst du das denn? Wie mit B eins Zu mir teleportierst du dich dann oder was? Nee Aber nur weil du aus dem Bild warst Oder so Aber gerade beim Boss bin ich nicht aus dem Bild gegangen Ja Da habe ich mich aber Oh Ähm warte mal Nicht töten Oh Oh Entschuldigung Der war neu Wieso brauchst du so lange? Sind alle neu warte mal Kann man die als Freunde haben? Störbeet Will ich haben Du kannst die noch nomsen Ich weiß Muss ich deine Fähigkeit wegschmeißen Oder? Ja doch muss ich dafür wegschmeißen Ich kann ja nicht nomsen wenn ich eine Fähigkeit habe Achso Verriert Oh ich kann die Dinger anmachen Dann tu das Wollen wir die da auch lieben Ach das ist so stressig Mach mal Mach mal nach oben Dein ganz Nein nach oben drücken Ne das nicht Ähm unser Stecki steht dran Wieso Klingt sich Stecki selbst um Weiß nicht Mach mal Strom drauf Dein Job Sam Ich hab mich schon wieder teleportiert Aber wohin? Wohin denn? Wo weißt du denn? Ich weiß nicht Du hast Dinge gesehen glaub ich Oh was kann ich nach unten angreifen? Das ist über gemein Oh was kann ich nach unten angreifen? Das ist über gemein Lack Ich hab nicht hingeguckt Ich hab nicht hingeguckt Ich bin so verwirrt Mach's kaputt Ich bin so verwirrt Ich weiß nicht wo ich bin Mach's kaputt Da gibt's ein boss fight Ich bin fertig Nein fertig Nein fertig Nein es wurde ja gesagt dass man Fähigkeiten noch nachgucken kann aber wo es denn der Spaß hat? Wie denn? Oh Ich glaub ich auf ein Bildschirm weiter Oh ich bin nicht wrestler Achso doch ich bin wrestler Oh du hast die gerade genommen Oh man kann sogar Fähigkeiten nachgucken Yes Das ist Aha String auf einen Freund Huckepack Huckepack auf CPU Man macht Dinge mit L und R Moment Oh Leute Park mich Oh hast du's? Warte mal Kannst du aufladen? Leuchte Ich hab's gerade gedreht Fix mich jetzt Okay dann Geh mal Aber nicht sterben Steigen Ich kann sogar Sachen drücken aber Richtig Warte? Wollen Power Achso ich soll den werfen wahrscheinlich Löff dich jetzt Oh guck mal ich bin nicht glücklich So Let's go Tschüss Lu Was machst du da? Drück mal Plus Psycho Port B halten und bewegen Elektro Port ist die Kugel Verschwinden ist spurten und B gedrückt halten Das ist das was du machst wahrscheinlich Rechts blicken? Ja wenn sie nach links blickst dann machst du es halt andersrum Teleport hin Verschwinden dann B loslassen Das heißt du musst erst spurten und B gedrückt halten Hä? Und sobald du B loslässt Oh Gott das ist ja komplett Prophetische Weitsicht What the fuck? Geokinese Ach mit Stein kann man was machen bei dir wahrscheinlich Und du hast Hucke Oh warte mal Ich bin so überfordert Lass das mal kurz im Huckepack Angriff machen Warte Oh nein Die Mesken gehen an Ähm warte ich will nein Ich will nein Ja und noch drauf wie geht das? Springen und nach unten drücken und dann auf Chili Auf Chili springen Jetzt sollen wir doch irgendwie mit L und er gleichzeitig was machen Wir müssen es loslassen Du musst nach unten drücken wenn du über ihn bist Ich Ich Ja genau Und jetzt gleichzeitig loslassen in 3, 2, 1 Oh Oh Problem Chili steuert jetzt Oh nein, hinter uns Ich bin absteigend, danke Hilfe Ich hab ihn Wir haben jetzt voll die Ultimate Powers Oh, was machst du da? Ich weiß nicht so genau Tschüss Okay, wir sind jetzt Steuerung angucken war gar nicht mehr so doof Oh Chili, Chili, komm Oh Hast du das Teleportieren verstanden? Naja, das eine jetzt Das ist ja einfach nur beim Rennen, aber die anderen Sachen Hab ich schon wieder alle vergessen Oh Wir brauchen Stecki Nee, wir brauchen Stecki gar nicht Ich mach schon Nee, nicht Achso, doch, klar Nee, geht nicht Achso Müssen wir es kaputt machen Ja Oh Ähm Er hat geklappt Danke, danke Er sammelt ein Ja, du ich nicht Boah, durchwendeteleportieren wir OP Ja, sehr gut Ich denk dann immer Wo bist du? Aber du denkst, das gleiche ist das Problem Oh Hm Brügel sie Oh Gott, ich will sie greifen, aber du bist immer schneller als ich Zauberers OP Das ist so weird Ich kann ja noch irgendwas machen, bevor er meinen Angriff trifft oder so Das ist so viel Kannst du was machen, bevor er deinen Angriff trifft? Ja, dann war doch irgendwas mit Irgendwas drücken, bevor der Angriff trifft Hm Machen wir jetzt wieder eine Brücke Wahrscheinlich eine Rolle Das hat man da noch nicht gemacht Ja Ein Herz Da ist ein Herz Oh Die Freundesbrücke besteht aus seinem Herz Achso Achso, wir müssen den Tod wieder Nein, der kann da durchlaufen Oh, der kann halt Oh, verpackt Ich dachte, das wäre eine Wand Okay, again Ich dachte, die Bretter wären extra dafür, dass er nicht da durchläuft Nee, die Bretter sind nur, damit wir uns festhalten können Aber der kann ja dran vorbeilaufen Okay, dann müssen wir jetzt einmal den rüberlaufen lassen, oder? So, einmal so Äh Ja Und jetzt weiter Mit dem Weiter Oh Gott Oh Knapp Oh Kann schon knapp bemessen Ja Essen Wer braucht Hunger? Äh, wer was? Oh Braucht irgendeiner essen? Nein, okay Oh Was soll das? What you doing? Du hast mich geworfen Ich habe Geist gemacht Knöpchen Nein Nein, du hast keine Augen Wie bei Celeste, wenn du die Dinger sammelst, ey Genau das gleiche Ding Dong Warum ist denn der braun? Oh Gott Äh, warte mal Okay, da kann man nicht durch Können durch Makaron Okay Makaron 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 Ich nicht gut So viele Puzzle Hast du so du es? Ja Gut Weitsicht, ach diese Weitsicht hast du noch gar nicht gemacht, oder? Ne Deinem Zauberer Weitsicht Sektor A Achso, die Eingriffe voraussehen, ja Ist Sektor A jetzt der Zusatzabschnitt? Ja, ne? Ich denke Ich denke auch Weil hier ist nämlich der Tempel, dann wird das der Hauptweg sein Dann lass uns einen Zusatzabschnitt machen Tau, 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 tau Nja Ich bin nervig Was? Das sagst Nja Das ist ein bisschen aggressiv, so Mach mal L und R Kannst du damit irgendwas? Du hast diese Weitsicht Oder drück mal nur L Oder nur R Ist dasselbe Wenn du dich dabei bewegst Hast du auch so Spins, ne? Schon gebraucht, egal Hast du gerade ins Mikro gerülpst? Ja Chili Ähm Auch mit Wasser? Ich glaube nicht Nee, du kriegst die nicht tot, wenn So Chili hat geregelt Musik so Ich muss sie alle verprügeln Geht dann nicht Doch Ich kann verprügeln darf, weil hier alles in sind Kill Ich bin so ein bisschen nutzlos gerade Oh Gott Oh Chili Okay Okay Pudding Müsst ihr alle Wenn du vier Spiele hast, dann ist der Mega Chaos Ja Was machst du da oben? So gerade was? Was hast du gegessen? Ich mich diese Wasserviecher nicht besiegen kann Ich habe auch eine Makarone gegessen Ich konnte ja nur einen Rock gucken Wie sagt denn der sich ein Pätzchen wegen? Ähm, warte mal Oh Vogel Ja, weil Strom haben wir ja noch Ja, weil Strom haben wir ja noch Steilgebrutzler Oh 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 Das war jetzt heiß Oh, was ist das? Ein Zahnrad Was du glaube ich elektrisiert hast? Ne, das war schon Okay Habt ihr die links kaputt? Oh mein Gott, ein bisschen Gefahr Oh nein Ich dachte, ich kann doch mal hoch Was? Ups Aus Versehen Teleportiert und weiß nicht, wo ich bin Okay Ich habe auch wieder Feuer Alles gut Komm jetzt wieder rüber Mach mal dann rechts kaputt Dann mach ich den hier oben Ist jetzt rüber gegangen? Ja, damit ich mich da nicht mehr erfen Geh doch rüber Oh Gott, Kaffee Da war aber auch Heilung Warte, stopp Nicht in die Tür, bitte Oh Oh Hast nicht gesehen Oh Das fieseste versteckt bisher Hat sie sich mal versteckt Das ist ja verrückt Es hat sich einmal versteckt Man hätte es verpassen können Ja Oh, links Okay, rechts Links Wo bin ich? Mitte Oh nein, ich habe mich teleportiert Links Rechts Oh, der ist groß Warte mal Warte mal Warte mal Oh Ach, er wird nur für Eis Weiß schon Deswegen habe ich ihn ausgetauscht Und eine energievolle Weiß schon Ich weiß nicht, warum sie denn Das Walross nicht einfach so mitkommen müssen Bei jedem anderen geht es ja auch Oh Oh, so viel Eis Das heißt, es gibt ein dickes Fight hier Oh, so viel Eis Oder nee, wir müssen wir geschafft Dann gibt es denn so viele Noms Eis Eis Was ich jetzt gerne hätte Eis Sande Oh Null Du hast nicht einen Stern gesammelt Du hast alle Sterne gesammelt Nicht einen Scheinbar Die CPU kann die auch sammeln Einen Stern gesammelt Die Zauberer war auch mal mehr Verlassen So Wir sehen uns Im nächsten Part Von Kirby Star Allies Tschüss 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 Tschüss